Heute zeige ich dir noch eine Variante den Handschuh auszuziehen und dafür eignen sich etwas längere Handschuhe. Aber auch etwas kürzere Handschuhe sind natürlich in Ordnung. Nimm eine schöne Pose ein und jetzt kannst du einmal über jeden Arm streicheln. Das sieht super sinnlich aus. Und jetzt zieh deinen Handschuh über den Kopf aus und zwar Finger für Finger in großen Bewegungen. Und wenn du den Handschuh vom Arm ziehst, öffne deine Finger im Handschuh. Das hilft dir ihn besser zu kontrollieren, damit er nicht so schnell wegrutscht. Woop! Hahaha! 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 Hahaha!